So, dann schnappen wir uns die. Okay, schnapp, nein. Gehen wir mit und der Neckliss. Der Wiedert. Okay, noch die Schlüssel und dann ab zum Maloche. Fürchterlich. So, und ihr kennt mich ja. Ich bin da etwas lebensbejahender. Ich freue mich hier anzukommen und zu sagen Hurra, eine neue Nacht in meinem Lieblingsjob. In der Riverfield Mortuary. Großartig. Das ist so toll hier zu sein. So, wir schnappen uns Stift und Zettel. Machen wir Knöcki aus. Und dann wird hier akkert. Wo ich hier sofort los, hier akkert, hier. Wir haben hier auch verkortiert. So, wen haben wir denn heute? Wen haben wir denn heute hier? Wir haben hier Mariella Costa. Carton Andrade. Und Mason Browning. Schnibberdub. Schnibberdub. So, haben wir. Oh. Schön. Ich finde es gut, dass du die Clowns jetzt hast wieder. Und ich nicht einen hatte. Weil du jetzt der Spielende bist. Ich meine, warum halt die Clowns? Warum soll denn jetzt? Warum, was? Ja, das Spiel erkennt, dass jetzt der Steve dran ist. Und Stevie hat nicht so Angst vor Clowns wie der Benny. Dafür läuft Stevie gerne seitlich. Alter, diese Pritsche. Aber er ist schon mal für mich verdächtig, weil er ist ein Clown. Kleinen Moment. Mein kleiner Clown. Nee. Hallo? 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 Rebecca? Ja? Rebecca? Ja? What the? Da rufe ich doch mal gleich zurück. Also so Klingel streicht, dass ich hier nicht mit mir machen, Freunde. Haben wir? Geben wir. Auf geht's. Wie so ein Depp mit so einem Wäscheabholscheinen. Wisst ihr? Hallo? Hallo? Wo ist das? So, Benny. It's the nine. Die wunderschöne nine. Steuerung. Wieder sehr gewöhnungsbedürftig. Oh, was höre ich da? Warum? Ähm, der hat mit dir geredet und der ist auch nicht mehr der, wer er war. Ist das unser Freund oder unser Vater? Wer bist du? Ja, dann... Laber ihn noch mal an. Ja, kann ich nicht. Kann ich leider nicht. Ich kann nicht. Ich kann das hier nicht nutzen. Ich kann das hier nicht nutzen. Das ist nur deine Schuld. Fuck you. Ich habe alle Sekunden mit dir. Die Zeit läuft jetzt, Rebecca. Gut, gut. Gut, gut, gut. Hat der gerade gezuckt? Weiß nicht. Chat? Habt ihr was gesehen? Mir war so, als hätte er jetzt gerade mit dem Arm gezuckt. Verdächtig ist ja schon mal, dass eben uns irgendwie der Freund da angedüddelt wird. Also wäre er schon mal für mich sehr verdächtig. Also der Clown ist schon mal ganz weit oben auf der Liste, mein Freund. Flump. Die nehmen wir. Wo? Was denn da los? Okay. Du siehst, ich bin heute ziemlich auf Konfrontation aus. So, warte mal. Jetzt noch die Mäusche. Und dann hol mal. Die Mäusche. So, und dann ziehen wir schnell bei ihm durch. Ist natürlich mir sehr wichtig, dass die Schminke dran bleibt. Schnurte sauber machen. Wunderbar. Ah, schön. So, rumsibumsibumsi zu das Ding. Tatsächlich würde ich ganz gerne noch mal als irgendwo ein zweiter Symbol haben, weil dann würde ich nämlich mal mit dem Plan verfolgen. Ja, du, wenn aber keins kommt, musst du erst mal weiter machen. Schischgebar. Schade. Na gut. Dann nehm ich hier mal mit meinem Wäscheabholzettel. Dann mit Aare. Bip, 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 bip. So, denn er hier. Das ist auch Kiesel. Oh, da ist wieder ein Anruf. Moment. Moment, ich geh ran. Hallo? 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 Ja? Warum machst du das immer noch? Ich will dich schon scheiß an. Nee, wirst du nicht? Zieh erstmal meinen Job durch. Danach kannst du mich killen. Da bin ich Workaholic. Ach man, no, scheiße. Na gut. Auf zum Drucker. Nehmen wir mal die Knie da vorne ab. Uff. Hallo. Wenn ich so einen Anruf bekommen würde, würde ich sowas von weg sein. Du, hab ich schon drei davon vor neun Uhr. Jeden Tag. Oh Gott. Ah. So. Oh. Oh, okay. Okay. Okay, der hat mich jetzt wirklich ein bisschen gekriegt. Oh, ist das... Schön, 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 schön. Und faddi ist mir wach. Oh. Hm. Das ist ja nicht schon ne, für ne Gammelbootze. Dann habe ich ja meine erste Wohnung. Nur, dass ich nicht so einen schönen Fouton hatte. Und so viel Kekse. Alimukka. Telefon. Ah, hier ist der Telefon. Yo. Yo. Was willst du hier grabbeln? Cool. Sollst du hier irgendwas grabbeln? Ansonsten steigt die Party nicht mit dir. Ja, hier. Heroinkit. Naja, weißt du Bescheid. Oh. Oh. Hey. Shadows on the wall. So, das ist die, ist die sogenannte Zangs-Schicht diesmal. So haben wir alles? Nee, wir brauchen mehr, ne? Nee, ich glaube, wir brauchen nur die und können... Was passiert? Oh, wir haben da, wir haben da ein Problem. Erwin hat die Toilette verstopft. Das ist jetzt wieder unser... Oder ist das dein Vater? Oh, du hast keine Angst. Oh. 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 Das hier drin ist. So. Aber da, da sieht man, was halt eben passiert, wenn... Keine Ahnung, äh... Mutter, Vater und Haustier eine und dieselbe Person sind. Ehe. Das... Was ticken hier so? Ach, da hinten das Licht? Aha! uncontrolliert. Na nee, jetzt bist du wieder weiter weg. Und... Zing! Oder? Doch mich? Was ist das? G! So ein schräges G. So ein schräges G. Haben wir. So, also ich würde jetzt mal wirklich ganz auf die Krasse. Ja. Ganz auf die Krasse, jetzt mal sagen. Wir haben zwei, ne? Genau, aber du musst vorher, noch vorher, musst du dir den schönen Ausweis von unserem Chef angucken. Weil, ne? Code und so. Tu immer mit deinem Code. So, ständig. Alter, ja, ich muss meine Maus irgendwie. Also, 4, 9, 1, 3, 4 und Zusatzzahl 2. Ja, okay, das schreibe ich mir erstmal nicht auf, das merke ich mir. Das gebe ich dir gleich durch. So, 1, 9, 3, 4, 2, 4, 4. Nein, stimmt nicht. 4, 9, 1. 3, 4, 2. So. Und wir gehen in die Signales. So, dann schauen wir mal hier. Genau. Also, wir haben... Der nicht, der nicht, der nicht. Haben wir hiervon? Ja, wir haben nur das G. Aber nicht die 9. Hier, der könnte das sein. Asel. Könnte das sein, genau. Acel. Acel. Achso, jetzt wollte ich mir ja den Rest aufschreiben. Warte mal. Also, wir haben die 9 oben. Das G auf der rechten Seite. Das Strich, Strich, T mit den zwei Nullen auf unten. Und das P auf dem Kopf. Äh, mit den zwei Punkten an der Seite. Gut. Okay. Bibi. Schawomsk. So, also er war hier. Richtig. Er war hier. Richtig. Er war hier. Und welcher war der dritte? Der vierte, mein ich? Das P auf dem Kopf mit den zwei Punkten rechts an der Seite. Der hier. Ja. So. Ich kann nichts mehr halten. Ha, du hast noch zu viel in den Händen. Ach, so ein Scheiß. Ich würde tatsächlich auch denken, dass er der Clown ist. Der Schweineclown. Warum kann ich den überhaupt nicht aufnehmen? Doch, jetzt geht's doch. Mach die Scheiß aus. Genau. Jetzt kannst du nämlich den Marker nehmen. Dann musst du nur den Boy wieder zurückbringen. Weil du brauchst ja die Trage. Den Boy. Also, das heißt, du willst jetzt echt auf Risk No Fun quasi den Clown rausholen? Wie gesagt, der Clown ist er. Der Clown ist er. Die Sau. Den Schwein. Vor allem, er guckt auch einfach raus, ne? Also, er ist ja schon draußen, als ob du den gar nicht reingepackt hättest. Ich schau dir. Diese Steuerung. Was ist hier los? Was machst du denn jetzt? Bist du gerade an die Maus gekommen? Nein. Er läuft von alleine. Meine Maus liegt rechts. Er läuft von alleine, sagen wir. Er läuft von alleine. Nochmal. Okay. Seht's wieder. Ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe nichts gemacht. Gar nichts. So. Zack. So. Pennywise. Du Schwein. Na? Hab ich ja gerade was gehört. Okay. Ob das so gut geht. Freunde. Schiebe doch rum, Junge. Schiebe doch rum. Ja. Zack. Zack. Gibst du ihm noch den Marker? Hier. Kriegst du noch eine Mark mit. Are you sure this is the right one? Ja, bin ich. Oh Gott. Jetzt guck ich mir erst mal ganz genau an hier. Oh, guck mal. Ist Jan schon mal so viel ploppt hier gerade. Speedrun? I know you what? Okay. Der klopft hier. Achso, kann jetzt eh nichts mehr machen. Nee. Jetzt muss er. Ich bin echt gespannt, ob du jetzt den richtigen getroffen hast. Schade ist, dass wir das nie wissen, jetzt. Also, ne? Das kann ja nur schief gehen. Ich komme einen langen Weg. Es ist schön, nicht derjenige da unten zu sein, für eine Veränderung. Okay. Herr Dover. Ich denke, du kannst nur mich Raymond nennen. At this point. Do you always just pass out and wake up on the floor? Es braucht viel von dir. Ich habe nie einfach nur hier rausgekommen. After. Du hast es getrennt. Ich werde sicher, dass ich die floors besser versuche. Raymond, will das ever end? Ich ehrlich nicht weiß. Ich habe das schon lange gemacht, Rebecca. Ich habe jemals all over, gelernt, alles, was ich kann. Ich habe nie gefunden, dass ich nichts mehr verletzt habe. Also, nein. Ich glaube, es wird nicht. Also, wir sind das immer so? Es war schwer für mich, auch. Aber das ist das erste Ende. Kann das sein. Wir müssen uns immer auf den worsten Selbst befinden. Nee. Aber je besser wir uns selbst wissen, desto stärker wir sind. Weil er ja beim ersten Ende gesagt hatte, es überrascht, dass wir überleben. Das ist ein komplett anderes Ende. Nice. Cool. Also, positiv, aber auf jeden Fall nicht das erste Ende. Zwei von fünf. Cool. 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 Cool.